und damit seid gegrüßt zu halo 3 im letzten level zusammen im together mit dem guten bolle und hier haben wir es sogar ganz gut hier finden wir die letzten skallen und den terminal ganz nah und vor allem sind wir hier im neu konstruierten halo 1 ring back to basic ja so jetzt muss ich erst mal gucken das war jetzt hier in der hölle hier rechts war der school und der tour minellos der befindet sich hier hier hin müssen der kontrollraum ist nicht weit hin wo wollen sie hin wo will ich denn hin das stechen schütze ganz genau was ist das darf ich ich hoffe also das ist jetzt die letzte terminal ist wie gesagt einfach mal dann stoppen und sich angucken ich behalte mich dass man schnell alles liest falls da was passieren sollte sieht aber nichts so wie viele von denen haben sie gefunden ich weiß nicht wahrscheinlich nicht alle wenn du mich schon so fragt wir haben jetzt kein erfolg bekommen dafür leider nein leider gar nicht schade schade aber leider vielleicht haben wir echt einen übersehen oder ähm was ich glaube dass wir einen übersehen haben oder der erfolg kommt wie meistens später ich bin tot gewesen und falsch gegangen hörst du jetzt ist ja was ist das nicht das geräusch hier kann man durch ne ja ich soll mal gucken was hier ist der ich bin ja noch nie gegangen ich bin alle jahre bist du hier nie so hast dich nie umgeguckt das ist dieses energie gedöns was wir doch immer mit unserem schild im ersten teil zerstören mussten ja das ist mir doch heute aufgefallen so wie kommen wir jetzt hier noch mal raus alter ich bin gerade rausgegangen kann nur dass ich mal runtergefallen bin äh so und wieder runter und jetzt geht's hier los hammer immer erstmal dann haben wir hier diese eliten als plattform im legendär sind voll mies flatt verbreitungskapsel der kontrollraum liegt an der spitze dieses turms schief los mein gott junge läuft einfach der flatt an mir vorbei ja er war hot auf mich hey du mit deinem scheiß energieschild das sich zu schnell erholt finde ich so ich wollte eigentlich die ganze zeit diesen hammerboy haben das kommt glaube ich unendlich hier ne wir gucken jetzt dass wir schnell hoch kommen wir müssen schnell hoch weil da gibt es auch geschütztürme die uns helfen könnten wenn wir es hier überleben ich bin tot das kommt nicht gut das kommt nicht gut das ist gar nicht gut oh nein bitte nicht oh nein bitte nicht so jetzt geht sie wieder ab ich will den hammer mitnehmen wenigstens ich will den hammer mitnehmen wenigstens ich will den hammer mitnehmenic ich will den huntingstürme durchlaufen Blup, blup. Nein! Dieselben Stille. Ja, fast so. Ich bin diesmal ein paar Meter hinterher gekommen. Yes! Ein Erfolgserlebnis. Oh ja. Ich weiß noch mal, oh nein, bitte nicht. Ich glaube aber nicht auf alles, aber überhaupt auf zwei oder so. Oh, fick dich doch. Ich will doch, ich wollte es mir noch mal angucken. Nein, 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 bitte, bitte, bitte. Warte, war hier noch ein Zuhörer? Nein, 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 nein. Okay, super. Nein, das ist nicht super. Ich bin wieder tot. Ich seh's, ich seh's da oben. Wo muss ich stehen? Ich weiß, dass ich hier hin muss, aber... Ja, gut, dann muss ich mit dir mit durch. Wir müssen dann die Leute killen. Nein, müssen wir nicht. Ich zieh's durch, ich bin tot. Aber du bist viel weiter gekommen als beim letzten Mal. Ich glaube, es kommt nicht unendlich. So. Dann lass mal gucken, dass wir Leute hier killen. Ich brauchte aber so'n Platz. Dachtest du? Ich wäre beschrieben. Äh, ich hatte grad zwei derselben Platz getötet, jetzt sind sie wieder aufgetaucht. Der Kontrollraum liegt an der Spitze dieses Turms. So, jetzt nicht, die kommen doch unendlich. Ich bin tot, Alter. einer der Verzweiflungsschellen. Ich zieh's aber jetzt durch. Dachtest du, ich wäre beschikt? Aber dachte ich. Also hab ich gehofft. Ach komm. Näää. Denn weil ich jetzt wieder auf den Weg nicht aufgepasst habe. Nein! Genau das hatte ich vorhin auch versucht gehabt. Ja, das ist ein zu offensichtliches Ziel. So, da kommst du nicht durch. Wenn die einen in Ruhe lassen würden, dann kämmst du durch. Ja, habe ich gehofft. Flattverbreitungskapseln. Der Kontrollraum liegt an der Spitze dieses Turms, Chief. Los! Nein, du kommst... Da wird die Ecke so schmal, da müsstest du anscheinend hüpfen. Dann kann ich nicht mehr durch. Ich bin tot übrigens. Wäre jetzt schön, wenn ich wenigstens auftauchen würde bei dir. Willst du mich jetzt verarschen? Ich tauche immer noch nicht auf. Danke, bin da. Oh mein Gott, was sehe ich da? Oh mein Gott! Was siehst du da? Das willst du nicht sehen. So, wir müssen es einfach so... Komm mal zu mir, komm mal zu mir! Oh mein Gott! Ja, warte, warte, warte. Ja, nix, warte, komm her. Ja, warte doch, ich muss jetzt erstmal hier... Guck, guck, was da oben ist hier. Oh mein Gott! Ach du scheiße, aber... Ach du scheiße! Ach du scheiße, das ist ja fast wie ein 300! Ey, sowas habe ich noch nie gesehen! Oh mein Gott! Alter, diese... Elite-Platzen-Kacke! Verdammt, ich muss jetzt in meine Deckung... Oh, ich bin fast tot! Ich bin tot! Guckst du, ich bin da! Ja, super! Ja, guckst du einmal, wenn ich noch ein einziges Mal guckst... Erklärt mir gerade zu viele noch da oben! Ja, ne, die kommen ja auch unendlich hier. Glaub ich, du bist nicht. Wo schießt denn so pervers wie... Ach du! Ist das wirklich? Puh, Alter! So. Ich nehme einfach jede Waffe, die ich mitnehme, schieße ich mit auf die. Hm. Ich versuche gerade da auszugehen, wo du immer gegangen bist. Dauuu? Du? Ja. Ohohohohoho. Du musst eigentlich gleich auftauchen. Dauuun? Ach, der Unsinn! Nur ganz eine Menge. Nöw wieder. Wer wär's? Ich versuche gerade wirklich so... Die rechts alle zu erledigen. Okay, die Frameweite bricht gerade ein. Ja, war gerade auch bei mir. Oh, verdammt! Nimm das! Der wär's in die besten Schützen der Welt. Nimm die im Team, ey! Ich brauch' Kampfgewehr. Den kenne ich eigentlich am besten. Boah, das Ding ist mega unpräzise. Jetzt hab' ich keine Munition. Alter! Ah, Kampfgewehr! Gott, das ist ja nur ne ganze Menge, Alter. Ich geh's noch in die Ecke. So, ist alles, alles weg. Es lohnt sich von zu Stücke. Boah. So. Super. Wenn du auf die Tentakel erwischen kannst, wär' perfekt. Oh, verdammt! Oh, verdammt! Oh, verdammt! Oh, verdammt! Oh, verdammt! Anna kommt zu dir. Das ist kein Thema. Eine ist down. Super. Bazooka, Baby! So. Kontrollpunkt. Kommt dann zu dir. Okay. Ich hab' jetzt auch ne Bazooka mit. So, wir können hoch. Ach, nö! Kontrollpunkt. Während da ist, ist wieder ne Kapsel aufgetaucht. Ist immer nur 100,470.000, oder? Ja, sind mehrere. Kippie! Und Wächter sind auch noch da am Start. Wien ist etwas. Sack, die sind nicht für uns. Ja, ja, sind sie auch. Zündlich. Hui. Ich mach' ich euch kaputt. Tot! Ja, gut. Egal, egal, egal. Wuhu! Jo, 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 jo! 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 Aber die machen jetzt noch nicht der Put. Ja, das ist so. Ja, das ist so. Geht doch. Finde ich da eigentlich abgekackt. Weil die Bazooka würde ich schon gerne mitnehmen. Man weiß ja nie, wann man das Ding gebrochen kann. So. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ge weg, ge weg, ge weg, ge weg, ge weg. Ja, ja, ja. Ich hab's gesehen, ich hab's gesehen, ich hab's gesehen. Bist wieder da? Ja. Heilige Mutter, ey. Nein. Die springen, ey, die Bischof. Die springen, ey, die Bischof. Das kann jetzt richtig lange dauern. Was ist das denn? Ja. Was ist das für ein Sound, Dicker? Ja, das weiß ich auch nicht. Es ist einfach so die Mucke, die immer so auftaucht. da war so ein schrei stehen wir nie gestorben ist ach ich wusste es nehmen wir nehmen ja ich krieg ihn ja nicht man nicht die wächter kaputt vor diese jäger ist ja das schlimmste ist und sie ist alles davon ist damit die zu dem hintergrund jetzt eine neue waffe hochkommt was runter hinter uns sind hinter uns hinter uns hinter uns hinter uns. Ich muss hoch, ich muss hoch. Ok, ich spring alle da runter, ist super. Zum Glück ist die Bayonette da. Ach, wie ist das so? Punkt, Punkt, Punkt. Ok, wenigstens Laser, so ein bisschen. Was schießt er auf mich? Oh mein Gott, ich bin down. Das ist jetzt grad schlecht. Bin da. Gut. Also von hinter mir kamen eine gefüllte 70 Mann. Woher die vom Auftaum wirst du selber nicht? Ja, da sind sie. Nicht mehr tot. Das ist gar nicht gut. Spring, jump einfach. Ich schippe runter. Nein! Boah! Boah, gut, dass Wind sich untergejumpen ist, ey. Ey, weil ich war wohl, ich war, ich war nicht wundschuldig, weil ich war down. Da war down. Da war down. Einfach Windschuss hat mir gereicht, da wäre ich wirklich weg gewesen. Oh, die klettern von unten nach oben hoch. Diese, 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 diese Spinnenviecher, weißt du? Ich weiß, bis wir, bis wir nach oben kommen. Ja, ja, genau, genau. Also wir müssen vorankommen, das ist so. Und lieber die Bajonett Waffe mit. Aber dann, vielleicht geht es. So, ein paar Nades. Auf jeden Fall musste ich mich hier richtig fett reinsackern. Oh toll. Fußball läuft gerade. Ich glaub ich muss jetzt aufhören. Hier geht es auch, dann. Tschö. tschüss du bist ja witzig versuchen kann ich mich mit definitiv ich muss hochkommen um gleich die Drohne zu aktivieren und die Drohne muss gleich richtig stehen weil wenn die falsch herum steht dann schießt sie erst gar nicht wir sind gleich oben wir sind gleich oben hinter dir ja seh ich aber ich machs kaputt ich machs kaputt wo ist die Drohne? Da eine da eine da so ich komm hier hinter zu mir die Kontaminierungsprotokolle erlauben leider nicht das ja ja ich habs kapiert ich hab die mal hier vorne aufgestellt war das der Illuminat? Sie sagt nicht dass er hier ist bleib mal da hinten wo die Drohnen sind ich guck mir eben kurz an ist da nicht Johnson irgendwo hinten? ja ja kommt gleich Kontrollpunkt da wusste ich so jetzt kommt so jetzt schnell eben kurz zu den Drohnen da hinten die Schütztürmchen sollten wir uns hier angreifen nein du hast sie gedreht nein das ist natürlich durch warte ich machs ich machs wieder richtig gut 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 so wenn die zu nah kommen das ist toll sonst hau nie richtig rein ey also super du bist schwer begeistert ich muss sagen das hat doch leicht gefällt ich würd sagen du hast leicht recht boah ich hoffe er hat Kontrollpunkt oh ist dann wie ist denn der? na auf mich er ist fit zu sein super ich hab keine Munition ich jump nach unten tot tot nooo ja bin da bin da bin da bin da ja blöder pickel ich habe flotten auf tausenden Alter wie viel denn noch wieso hast du jetzt der Level kann doch wie sie mehr kommen kann doch wie sie mehr kommen sein Ex Gott ist der geflogen alter wollte nur mich ein jetzt kommt wieder welche hoch die ey die kommen hier hoch ja was soll ich machen die kommen hier hoch als ob ich das jetzt einfach so aufhalten konnte so ich habe Blasenschild könnte ich mal noch gebrauchen so so oh oh Johnson ist da jetzt auch da aufmachen die Küste ist zauber nicht lange ich registriere weitere Verbreitungskapseln sie schlagen jeden Moment auf rein 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 warte warte so bolle ja wir machen länger bis ja wir machen bis zu einem gewissen Punkt und dann cutten wir kennst du diese YouTuber die sagt ich mache jetzt eine XXL Folge naja 5 Minuten machen die 8 Minuten oder so oder so 10 Minuten so eine XXL Folge Spaß es versucht sich auf diesem Ring selbst zu erneuern Beeilung der Kontrollraum ist ganz nah wo denn kommt gleich so pass auf bolle ich würde sagen wir cutten hier ok und sehen uns dann in der nächsten Folge zu Halo 3 ich hoffe Johnson geht jetzt nicht zu weit ich hoffe die Tür öffnet sich nicht wenn er jetzt hier alleine steht nein und würde sagen sehen uns dann in der nächsten Folge zu Halo 3 denn dann wird es richtig rund dann dann tschau tschau